Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge des Nice Hoops Podcast. Ich bin Joey Ney und ich bin wieder am Start und ich bin heute wieder mit meinem Bruder Niklas am Start. Hallo Niklas, alles gut bei dir? Ja moin, schön dich zu sehen, Bruder. Beziehungsweise eigentlich muss man ja sagen, ich bin am Start, weil du hast ja die letzten Wochen richtig Gas gegeben und richtig coole Interviews geführt mit Jadon Smith, Shiron Eli und Dan Opland. Sehr, sehr interessante Interviews, ich habe es mir angehört, sehr, sehr viel mitgenommen auch und hat sehr viel Spaß gemacht, dort zuzuhören. Also dafür schon mal vielen, vielen Dank, Niklas, dass du das gemacht hast. Ich habe jetzt auch gesehen, Shiron Eli wurde jetzt zum Spieler des Jahres in der ProA gekürt. Ja, von Eurobaskets. Also keine offizielle von der Liga, aber immerhin von einem Basketballportal, was ziemlich wichtig ist, als besten Spieler der Saison ausgezeichnet. Und wir rechnen ja alle damit, dass das bei Jadon Smith für die Bundesliga auch noch so sein wird. Deswegen richtig Prominenz am Start gehabt. Ja, das war schön mit meinen alten Heidelberger Kollegen zu sprechen, wo es mich auch freut, dass Heidelberg jetzt auch kommende Saison in der ersten Liga spielen wird. Und wo ich hoffe, dass bis dahin auch wieder Zuschauer zugelassen werden, damit ich auch nach Heidelberg für Erstligaspiele fahren kann. Und eventuell auch ihre Spiele bei Alba hier in Berlin schauen kann. Ja, auf jeden Fall sehr geil. Glückwunsch nach Heidelberg. Wir haben auch eine richtig gute Saison gespielt. Obwohl ich dazu sagen muss, also dieses Playoff-System in der Pro A mit den Gruppen dazwischen und dann direkt nur der Erste kommt direkt in die Bundesliga, fand ich ehrlich gesagt nicht so günstig, weil man da nicht so richtig die Chance für Fehler eingeräumt hat, obwohl es ja auch Hin- und Rückspiele gab. Und dann natürlich dieses Finale, wo dann Bayer Leverkusen gegen Heidelberg spielt und die im letzten Spiel der Saison ein Unentschieden zustande bekommen, ist meiner Meinung nach als Basketball-Ästät ein bisschen falsch angesetzt. Also da hätte ich andere Lösungen für dieses System, was es halt leider schon seit Jahren gibt und was irgendwie in Deutschland aus dem Fußball übernommen wurde, weil es dort immer auch auf Champions-League-Niveau dort gemacht wird mit Hin- und Rückspiel. Finde ich ehrlich gesagt für Basketball nicht so angemessen. Da sollte es auch eine andere Lösung geben. Von mir aus ein Spiel für die Meisterschaft. Ich meine, letztendlich interessiert das eh niemanden in ein paar Jahren, wer da wirklich Meister geworden ist. Und dann lasst sie ein Spiel machen, heimrechtlich bei dem Team, was in der Hauptrunde die beste Ruminanz hatte, anstatt da irgendwie so einen Hickhack zu machen und dann im letzten Spiel der Saison unentschieden zustande zu kommen. Aber gut, da bin ich nicht der Entscheidungsträger. In der Probe haben sie es so gemacht, dass sie direkt nach dem Halbfinale diese Saison Schluss gemacht haben, was ich für eine okay Lösung halte, obwohl es natürlich immer ganz schön ist, da am Ende noch einen Titel vergeben zu können. Aber die Art und Weise könnte meiner Meinung nach ein bisschen besser gelöst werden. Ja, ich finde dieses Jahr in der Pro-A kam es eigentlich ganz gelegen, wenn man bedenkt, dass Heidelberg das Hitzspiel mit 30 gewonnen hat. Dass da quasi nach dem zweiten Spiel mit einem Unentschieden so beide Teams ein bisschen in guten Herzen auseinander gehen konnten und die Saison zu Ende spielen konnten. Von der Fall ist es in dem Punkt gar nicht schlecht, aber natürlich in zwei Spielen, sodass das zweite als unentschieden gewettet werden kann, ist natürlich für uns als Basketballer, wo jedes Spiel einen decisive Sieger haben sollte, natürlich eher ungelegen. Ja, aber gut. Die Saisons in den Ligen sind auf jeden Fall jetzt vorbei. In der Bundesliga geht es noch weiter und darüber wollen wir heute auch quatschen. In der Bundesliga geht es in die heiße Phase. Playoff-Time. Playoffs, Baby. Und wir haben ja davor am Wochenende noch das Pokalfinale, wo wir ja schon mal einen Podcast gemacht haben darüber. Der sowas von unnötig war im Nachhinein. Na gut. Ja, wir haben die Mannschaft ein bisschen geörtert und die Position, aber ja, dann ist es ausgefallen, weil bei Göttingen ein positiver Fall aufgetreten ist und das Ganze dann direkt abgesagt wurde. Was den Bayern in der Situation ganz gelegen kam, weil die dann danach direkt die Serie gegen Mailand gestartet haben. Übrigens eine sehr spannende Serie. Was für eine Serie. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Spiele anzusehen. Bis zum fünften Spiel ging es und da war es auch so, dass Bayern zwölf Sekunden vor Schluss nur mit zwei Punkten hinten war und die Chance hatte, auszugleichen. Aber die Macht, Kai Heinz, dann das geschafft hat, dort einen entscheidenden Stopp gegen Wade Baldwin zu holen, sodass die Mailänder dann weitergekommen sind. Ich war auch so motiviert gewesen, nachdem ich Paul Zipzer so gepostet hat. Verständlich, auf jeden Fall. Ja, das ergibt meiner Meinung nach und auch deiner Meinung nach, Niklas, hast du ja schon mal im Vorgespräch irgendwie gesagt, für Bayern eine ganz neue Situation fürs Wochenende. Deswegen würde ich dich mal bitten, da vielleicht anzufangen, darüber ein bisschen zu erzählen, wie du jetzt das kommende Wochenende im Pokal siehst. Genau, meine originalen Picks war ja ein Finale Bayern gegen Alba. Allerdings muss ich sagen, Bayern, seitdem sie aus der Euroleague rausgeflogen sind, haben natürlich ihre besten Spieler nicht in der Bundesliga spielen lassen, sondern haben jedes Spiel so vier, fünf Go-To-Guys ausgesetzt, was dazu geführt hat, dass sie gegen Alba und gegen Ulm sich mega klatschen abgeholt haben. Mit Absicht vielleicht? Ja, ob man das als Wettbewerbsverzeihung bezeichnen kann, sei mal in den Raum gestellt. Auf jeden Fall ist für mich halt deshalb, im Hinblick auf dieses Wochenende, ist mein Anblick für das Abschneiden Bayerns hat deutlich gelitten. Vor allem zu dem, weil Ulm weiterhin ihre Siegesserie ausgebaut haben und sich noch diesen deutlichen Sieg gegen Bayern abgeholt haben, weshalb ich meinen originalen Pick für dieses Wochenende ändern würde, nämlich mit einem Ulm-Team im Finale gegen Alba. Oh, interessant, auf jeden Fall. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass du darauf ausgehst, dass die Bayern jetzt Kraft haben, dass sie jetzt ausgeruht sind nach den Euroleague-Strapazen und sich verschiedene Spieler, wie du schon gesagt hast, eine Pause gönnen konnten und die jetzt nochmal diese Woche richtig gut trainieren können und dann am Wochenende fokussierter daran gehen, weil sie ja jetzt diesen Euroleague-Titel oder dieses Euroleague-Final 4 nicht mehr im Kopf haben und jetzt noch zwei andere Titel ausstehen, die sie auf jeden Fall realistischerweise gewinnen könnten. Deswegen würde ich Bayern als frischer, mental frischer einschätzen und denen sogar im Finale eher die Chance geben, gegen Alba zu gewinnen, obwohl ich leider noch nicht bereit bin, zu sagen, dass Alba nicht Champion wird. Einfach aus einer subjektiven Sicht als Berliner und als Fan dieser Truppe würde ich Alba trotzdem den Sieg gönnen am Sonntag, obwohl ich glaube, dass Bayern auf jeden Fall eine bessere Chance hat, dieses Wochenende dort durchzustarten, weil sie einfach mehr Kraft haben werden und ein bisschen fokussierter auf dieses Event sein werden, als sie es noch beim ersten Mal gewesen wären, wo sie im Hintergrund die Serie gegen Milan noch im Hintergrund hatten. Aber gut, das ist die Spannung des Pokals. Das ist das andere Extreme, was natürlich einsetzen kann. Ich glaube, das kann niemand so wirklich vorausschauen für dieses Wochenende. Ich habe halt das Gefühl, dass Bayern immer noch diesem U-League-Ausschein hinterherhängen wird, mental, und sich deshalb gegen Ulm nicht in einen Rhythmus spielen werden kann. Das ist natürlich ein sehr, sehr bei diesem Argument, weil gerade Wade Baldwin und Vlado Lucic haben jetzt einfach seit zwei Wochen kein Spiel mehr gespielt. oder seit anderthalb Wochen. Da kann schon der Rhythmus ein bisschen drunter leiden, obwohl ich glaube, dass Trinkieri dort im Training auch die entsprechenden Impulse vor dem Wochenende setzen wird. Deswegen gehe ich auf jeden Fall mit Bayern im Finale und würde mich nicht wundern, wenn die das Ding auch nach Hause bringen. Aber gut. Ich gehe mit Ulm in Finale und sage, dass Alba Pokalsieger wieder wird. Das wünsche ich mir auch, dass Alba preisiger wird. Aber wir werden direkt die Woche danach, am Mittwoch sogar schon, glaube ich, beginnen dann die Playoffs. Du hast ja gerade schon über die letzten paar Spieltage geredet. FC Bayern München die letzten drei, nee, die letzten zwei Spiele verloren. Und da direkt meine Frage, haben sie mit Absicht abgeschenkt? Schwer zu sagen. man kann das natürlich so argumentieren, dass sie ihren jungen Spielern mehr Zeit, also ein bisschen Spielzeit geben wollten, um den gleichen Zug ihre Go-To-Guys von der Euroleague-Serie zu schonen. Aber ja, das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt vor allem als Ulmer-Team vielleicht jetzt auch besseres Standing hat dadurch oder halt auch, dass man als Alba, wobei als Alba gegen Bayern gewonnen hat, haben ja die Go-To-Guys gespielt und da hat ja Alba mehr als deutlich gewonnen. Oder nee, da haben sie auch nicht gespielt, oder? Naja, die ersten zehn Minuten, das erste Viertel haben sie ein bisschen durchgezogen, aber danach hat Rekiri Leute wie Baldwin, Zipsa, Sealy und Lutic nicht mehr so oft aufs Feld gelassen. Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Also es wäre so ungefähr wie die Situation damals bei uns in der Pro-A mit Baunach, wo die teilweise nur mit der B-Mannschaft, von der B-Mannschaft angetreten sind, weil die ganzen jungen Talente bei Bamberg im Einsatz waren. Deshalb ist es sehr schwierig, da das Thema Wettbewerbsverzerrung so direkt anzusprechen. Es wird Leute geben, die sehen, dass es so ist, es wird Leute geben, die sagen, es ist doch legitim, dass sie ihr Roster für manche Spiele umstellen, den Umständen entsprechend. Das ist eine unfassbare Grauzone. Also man sieht das ja auch öfters, gerade auch, wie du sagst, in den unteren Ligen, dass da irgendwie Spiele abgeschenkt werden auf Kosten von wir müssen mal ein bisschen Pause machen oder die Leute müssen woanders eingesetzt werden. was natürlich der entscheidende Faktor ist hier, ist, dass Bayern durch die zwei Niederlagen in den letzten zwei Spielen noch von Platz drei auf Platz vier gerutscht ist und dadurch in einem möglichen Halbfinale Alba Berlin aus dem Weg geht, wo sie vielleicht sagen, dass dort ja vielleicht sie einen Vorteil bekommen, wenn sie im Halbfinale gegen Ludwigsburg eher antreten, die natürlich diese Saison dadurch, dass sie nicht international gespielt haben, sehr, sehr viel frischer sind und auch mit 30 Spielen souverän am Platz eins stehen, aber insgesamt ja doch eher als das zweitbeste, drittbeste Team in der Liga gelten nach Bayern und Berlin, die natürlich durch ihre Euroleague Strapazen dort auch in der Bundesliga Körner gelassen haben, gegen Teams wie Alba gegen Braunschweig zum Beispiel oder Bayern jetzt in den letzten paar Spielen zwei Niederlagen eingefahren haben, wo man sagt, vielleicht wollte Bayern sogar diese beiden Spiele verlieren, um noch auf Platz vier zu rücken, um dort in der zweiten Runde Alba aus dem Weg zu gehen und erst frischer im Finale gegen Alba anzutreten, anstatt sich vielleicht in einer möglichen Serie dort ein bisschen die Butter vom Brot nehmen zu lassen, ein paar Körner zu lassen und dann wenn sie es gegen Alba schaffen, gegen Ludwigsburg im Finale nicht ganz so frisch sein würden, sodass man dort vielleicht innerhalb des Bayern-Staffs kalkuliert hat, naja, die Stärke des Gegners eher aufwärts gehen zu lassen in den Playoffs anstatt gleich das vermeintlich vorweggegommene Finale im Halbfinale zu haben und dann im Finale nicht mehr so viele Körner zu haben. Aber das nur meine Überlegung dazu, da weiß man natürlich nicht, was da intern bei den Bayern vorgeht. Ja, vor allem würde das heißen, dass sie quasi Ludwigsburg als nicht so starkes Team wie Alba einschätzen würde, was ich sehr, naja, also anhand der Tabelle nicht sehr, als nicht sehr sinnvoll halte, weil Ludwigsburg sich wirklich die Saison über einen Rausch gespielt hat mit Jamel McLean nochmal verpflichtet hat und generell, ich glaube, vom Stil her mit das schwierigste spielende Team der Liga ist, weil man wirklich 40 Minuten lang in jedem Spiel keine Sekunde Ruhe haben wird, weil die ganzen Ludwigsburger Kettenhunde beißen sich an die Gegner und jeder Ballvortrag wird Kraft kosten und Konzentration und jeder Turnover und einfach Punkt für Ludwigsburg wird nochmal mental eins drauf hauen, also ich finde, also wenn das der Plan gewesen wäre, würde ich es für keinen guten halten. Naja, auf der anderen Seite hat Ludwigsburg auch die komfortable Situation gehabt, in der Saison nur wirklich ins Wochenende zu spielen und jetzt in den Playoffs wird der Rhythmus auch ein bisschen tougher und die Spiele rücken immer näher, es wird alle zwei oder drei Tage gespielt und ich glaube schon, dass da selbst eine Mannschaft wie Ludwigsburg, die in der Saison als relativ fit und immer 40 Minuten Druck ausüben dahergekommen sind, vielleicht schon dann an die Substanz geht und auch mal Spiele hat, wo sie mental und körperlich ein bisschen durchhängen werden und die Bayern sind diesen Rhythmus die ganze Saison über gewohnt durch die Euroleague, die hatten seit Oktober letztendlich wie keine vier Tage in Folge Pause Zwischenspielen, was Ludwigsburg in der Saison immer hatte, sodass sie regenerieren konnten, wieder die Intensität hochfahren konnten und am Folgewochenende dann eben ihren Spielstil mit beinharter Verteidigung über das ganze Feld über 40 Minuten a la John Patrick wirklich durchziehen und zelebrieren konnten, wodurch sie auch da stehen, wo sie stehen und auch meiner Meinung nach völlig zu Recht, aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass Teams wie Bayern und Alba nie am Ende der Saison der ersten Platz standen und es trotzdem geschafft haben, durch ihre Erfahrungen im internationalen Geschäft und durch diesen Rhythmus, die sie in der Saison gefahren sind, dort in den Playoffs einfach das ein bisschen besser handeln konnten, meiner Meinung nach. Also bei mir liegt halt die Logik nahe, dass Ludwigsburg sich in der Bubble bewiesen hat, wie sie unter Druck auch unter einen engen Spielrhythmus sich beweisen können und außerdem denke ich, dass Ludwigsburg nochmal extra motiviert sein wird, weil die haben gegen Alba noch eine Rechnung offen. Das ist richtig, das war das vorletzte Spiel der Saison, wo sie auch mit einem Punkt verloren haben, wo Jadon Smith am Ende ein Dreier verloren hat und wie du gesagt hast, letztes Jahr in der Bubble das Finale gegen Alba verloren hat. Ja, ich weiß nicht inwiefern und auch wie viele Leute da noch von den Spielern her wirklich auch dabei waren und darüber nachdenken. John Patrick wird das auf jeden Fall versuchen anzubringen. Auf der anderen Seite ist es halt bei diesen Teams so, dass sie auch einen regen Austausch haben und auch bei Ludwigsburg gerade John Patrick ist ja bekannt dafür, jede Saison da vier, fünf neue Ausländer aufzustellen und die in der Saison auch nochmal zwei, drei durch zu wechseln. Deswegen weiß ich nicht, ob das so ein entscheidender Faktor ist für die Spieler auf dem Feld, um dort motiviert zu sein. Natürlich werden die auch so komplett motiviert sein, Ludwigsburg hat die Chance jetzt als Hauptrundenerster dort für Furore zu sorgen und möglicherweise eine Meisterschaft einzufahren. Ich glaube allerdings, dass Bayern und Alba da immer noch zu stark sein werden. Gut, wollen wir mal über die anderen Teams reden, die auch noch in den Playoffs sind. Wir haben ja jetzt viel über die Big Three, über Ludwigsburg, Bayern und Berlin gesprochen. Allerdings haben wir ja noch mit den EWE Baskets Oldenburg auf Platz 3, Razzio Farm, Ulm, jetzt neun Siege in Folge, du hast es schon angesprochen, auf Platz 6 am Ende, die Hamburg Towers, auch mit einer super Saison, mit 21 Siegen aus 34 Spielen wie sieht denn deine erste Runde aus? Also, in der ersten Runde, ich gehe mal von den Tabellenplätzen runter, also, ich würde sagen, Serie Ludwigsburg, Bamberg ist für mich ein Sweep. Das wird für mich ein Ludwigsburger Sweep, die sind zu Hause ungeschlagen, was heißt würde, dass sie das zweite Spiel in Bamberg verlieren müssten, um, dass Bamberg noch eine Chance hätte, aber ich denke, das wird nicht passieren, Ludwigsburg wird fokussiert in die Serie reingehen und Bamberg Sweepen. Okay, sehe ich auch so, Bamberg mit einer, naja, soliden Saison, sage ich mal, sehr schlecht gestartet, dann zwischendurch einen guten Run gehabt, aber am Ende dann doch nur auf eine Bilanz von 17 und 17 gekommen. Was ich an Bamberg feiere, sind die Einsatzzeiten der deutschen Spieler mit Dominic Lockhart, Kenny Okpe, Bennett Hund und Chris Senkfelder, wirklich dort auch Leistungsträger auf den deutschen Positionen hat, die immer wieder auch zweistellig scoren, auch in Kombination zweistellig scoren und dort wirklich einen super, super Job machen. Deswegen habe ich immer gerne Bamberg geguckt, weil dort auch Jungs sind, mit denen ich zu tun hatte und für die ich sozusagen route, Bennett, Berliner Junge, ja, man kennt sich hier in der Berliner Community, Christian Senkfelder, mit dem durfte ich in Ehingen zusammenspielen, auch ein super, super Typ, nicht nur auf dem Court, sondern auch menschlich, hat mir direkt sein Buch gekauft, als es rauskam und auch ein sehr cleverer, intelligenter Junge, der sich über Sachen Gedanken macht und deswegen allen Success, den er hat, auf jeden Fall verdient hat. Kenny Okpe, mit dem auch zu tun gehabt, der war damals bei Sascha Obradovic mit uns im Trainingslager in Kranzkagora in Slowenien, auch ein guter Typ, guter Basketballer, weiß, wie man Basketball spielt und hat sich auch in der Saison, nachdem er ja von Coach Royakas so ein bisschen an den Pranger gestellt wurde, wieder aus seinem mentalen Loch rausgezogen und in der zweiten Hälfte der Saison auch wirklich super Leistungen gebracht, genauso wie Bennett Hund, der ja schon in Göttingen mit Coach Royakas zusammengearbeitet hat, deutsche Sprache, schwere Sprache und dort diese Saison auch wirklich einen super Job gemacht hat, man ist ja mal der Meinung, dass er gerade defensiv ein bisschen unterlegen ist mit seiner Größe, aber dadurch, dass er einfach clever ist und eine super Kraft hat, es dort schafft, seine vermeintliche Nachteile auszugleichen, deswegen Props an Bamberg, dass sie diese Saison das geschafft haben, diese Leute dort hinzulegen, aber reicht nicht, also es hat schon in der Saison meistens nicht gereicht und Ludwigsbrück wird ready sein, Ludwigsbrück wird ausgebucht sein und die werden Bock haben, diese Serie zu gewinnen, deswegen gehe ich da mit ihr mit, dass die auf jeden Fall dort kurzen Prozess machen werden. Gut, zweite Runde, zweites Matchup, wo wollen wir zu Anfang? Also ich würde gleich für, also auf den möglichen Halbfinalgegner für Ludwigsburg eingehen, der wird in der Serie Bayern gegen Kreuzheim entschieden. Kreuzheim habe ich, glaube ich, vergessen. Kreuzheim mit der gleichen Bilanz wie die Bayern, 24 Siege, 10 Niederlagen, genauso wie die Bayern auf Platz 4 und 5. Ich würde sagen, die Bayern gewinnen die Serie 3 zu 1. Ich glaube, ein Spiel wird Kreuzheim noch entführen, vielleicht sogar aus München, aber ich denke, also mit meinem vorangegangenen Pokalfinal-Tipp würde ich sagen, dass Bayern noch extra angezeigt sein wird für die Playoffs und dass sie in einer Mehrspiele, also in einer Serie mit mehr spielen und in keinem Single-Elimination-Modus nochmal fokussierter sein werden, weil die das aus der Euroleague kennen und dass sie auch Bock haben, nicht nochmal eine Best-of-Five-Serie abzugeben. Deshalb, Bayern wird gewinnen, aber ein Spiel gebe ich Kreuzheim. Ja, also Kreuzheim auch mit einer super Saison, hatten ja die letzten Jahre immer wieder Probleme, sind ja auch zweimal sportlich abgestiegen und haben es dann durch Umwege geschafft, in der Liga zu bleiben, aber dieses Jahr hat Coach Thomas Iserlo es geschafft, eine wirklich schlagkräftige Truppe aufs Feld zu stellen, die auch teilweise an den Top 3 der Liga gekratzt hat und die es auch einmal diese Saison geschafft haben, die Bayern zu schlagen und das andere Spiel nur sehr, sehr knapp verloren haben. Deswegen, die wissen, wie man gegen Bayern spielt und die wissen auch, wie man gegen Bayern konkurrenzfähig ist, haben auch mit Traybel Haynes einen Top 3 MVP-Kandidaten diese Saison, meiner Meinung nach, der als Anführer fungiert und der es schafft, seine Mannschaft super zusammenzuhalten, sowohl mit Punkten als auch mit Korbvorlagen dort immer wieder vorangeht und dort die Truppe auf Kurs hält. Aber wie du schon sagst, die Bayern werden jetzt fokussierter sein aufgrund des einen oder des anderen Szenarios, ist ja egal. Auf jeden Fall werden die ready sein und werden gucken, dass sie dort so schnell wie möglich durchkommen, weil Resting war diese Saison für die Bayern nicht so angebracht. Und deswegen werden sie jetzt in den Playoffs versuchen, jedes Spiel, was sie nicht spielen müssen, auszulassen. Und ja, deswegen macht für mich keinen Unterschied, ob es 3-0 oder 3-1 ausgeht. Die Kreisheimer werden eine gute Serie geben und werden den Bayern einen guten Kampf geben, aber am Ende werden die Bayern zu stark, zu ausgeruht und zu fokussiert sein, als dass sie sich da die Butter vom Brot nehmen lassen in dieser Serie. Deswegen kommen da die Bayern auf jeden Fall weiter. Dann würde ich auf die andere Seite des Playoff-Baumes gehen. Erstmal zu Alba gegen Hamburg, was ich eine sehr interessante Serie finde, weil Hamburg auch für mich so ein bisschen das Dark Horse der Playoffs ist. Die haben die Top-Teams schon mal geschlagen, das ist auch nicht zu lange her. Sie haben Alba und Bayern geschlagen, quasi Back-to-Back und Ludwigsburg auch bis an ihre Grenzen gebracht im Aufeinandertreffen. Deshalb wäre ich nicht überrascht, wenn diese Serie komplett bis zu einem Spiel fünf gehen wird, dass dann Alba gewinnt. Okay, ja, also wie du schon gesagt hast, Hamburg auch mit einer wirklich guten Saison, Pedro Kajas, der die Saison davor noch bei Rasterfechter war, hat es nahtlos geschafft, sein System, vor allem sein defensives System mit aggressiver Pick-and-Roll-Defense und schnellen Hilfen auch Hilfen, die dort auf Stils aus sind und auf Aggressivität aus sind, dort zu installieren und hat es super geschafft, Hamburg dort auch solide in die Playoffs zu führen, waren auch zwischendurch, haben an den Top fünf gekratzt, bevor sie dann in der Mitte der Saison ein paar Körner gelassen haben, aber wie du gesagt hast, am Ende der Saison, also ich sehe hier im Spielplan am 27.3. Sieg gegen Bayern, direkt danach Sieg gegen Bamberg, dann Sieg gegen Vechter, okay, aber direkt danach auch noch zwei Siege gegen Alba Berlin, die auf Platz zwei sind und gegen Oldenburg, die auf Platz drei sind, ja, also innerhalb von drei Wochen vier Playoff-Teams geschlagen und die wissen, wie man gegen Alba spielt, ja, die haben schon mal es geschafft, sogar zweimal gegen die zu gewinnen in der Saison, ja genau, hier Back-to-Back, Bayern und Alba und dann zwei Wochen später nochmal gegen Alba zu gewinnen, also Alba hat diese Saison noch kein Spiel gegen Hamburg gewonnen und da müssen sie auch erst mal zeigen, dass sie gegen diese Taktik, gegen dieses defensive System, gegen diese Aggressivität, die Pedro Cajas mit seinem Team dort aufs Feldbrink bestehen können und Alba hat es ja diese Saison doch das eine oder andere Mal durchblicken lassen, dass sie nicht konstant über vier, fünf Spiele Leistung auch abrufen können, das war am Anfang der Saison, hatten sie eine super Siegesserie, aber gerade ab Mitte der Saison, als das Euroleague-Programm ein bisschen tougher wurde, haben sie dann doch immer mal Spiele abgegeben, wo man dachte, oh ja, da haben sie wieder ein paar Körner gelassen, da sind sie nicht ganz fit und nicht ganz ausgeruht und wenn wir davon ausgehen, dass sie jetzt dieses Wochenende im Pokal auch wieder zwei Spiele spielen müssen, dann könnte das schon sein, dass sie dort gegen Hamburg in die Brindulie kommen, trotzdem denke ich wie du, dass Alba weiterkommen wird, wenn sie sich zusammenreißen über zwei, drei Spiele dort nochmal das rauszuholen und aus den Fehlern der Saison zu lernen, Coach Aito und sein Coaching-Staff werden das schon taktisch lesen können und auch taktisch dort drauf eingehen können und ich denke, dass Alba vielleicht sogar in fünf Spielen, wie du sagst, dort aber gegen Hamburg weiterkommen wird. Dann sind wir bisher auf einem guten Konsens. In der letzten Theorie kann ich mir gut vorstellen, dass da die Meinungen auseinander gehen können, weil Oldenburg gegen Ulm ist ein mega enges Matchup. Also genau, gerade zwischen Platz drei Oldenburg mit 25 Siegen und Platz sechs Ulm mit 23 Siegen, da ist in der Siegesbilanz nicht viel Unterschied. Ulm hat am Ende der Saison nochmal einen richtigen Sport hingelegt, neun Siege in Folge, um die Saison zu beenden. Die sind heiß und die haben Bock und wie du sagst, wenn sie es am Wochenende schaffen, auch nochmal dieses Emotionale dort umzumünzen und vielleicht eine Pokalüberraschung zu zeigen, dann werden die nochmal Emotionalität ohne Ende haben, um in die Playoffs zu gehen und die können durchaus diese Serie gewinnen. Oldenburg weiß inzwischen aber aufgrund ihrer Erfahrung und aufgrund auch des Spielermaterials, was sie haben, wie man dort agieren muss und da muss man sehen, ob so ein bisschen diese Recency Bias oder dieser Lauf, den die Ulmer jetzt haben, überschwappt oder ob das so ein bisschen auch das Ende war, dass sie jetzt gesagt, also nicht gesagt haben, aber so emotional gerade im Kopf dieses Szenario vorhanden ist, okay, wir haben jetzt eine geile Saison gespielt und wir haben jetzt irgendwie auch einen geilen Abschluss, aber jetzt kommen die Playoffs, jetzt werden wir vielleicht ein bisschen nervös, vielleicht spielen wir nicht mehr so frei auf und kommen deswegen dort ein bisschen in Bedrüh und auf der anderen Seite Oldenburg mit Anführern wie Ricky Paulding, wie Rashid Mahal-Basic, die einfach wissen, wie man in solch einem Szenario agieren muss, um dort erfolgreich zu sein und nicht sich auf ihr so emotional Nationalität und Euphorie verlassen, sondern eher sich auf ihre Stärken besinnen und deswegen dort einen kleinen Vorteil haben, deswegen schwierig, aber ich sage, Oldenburg wird es machen und Oldenburg wird es vielleicht sogar in weniger als fünf Spielen vielleicht sogar mit einem 3 zu 1 dort durchgehen und ins Halbfinale kommen. Dann gehen wir doch in der Serie in etwa dieselbe Richtung. Ich würde nicht sagen, dass am Pokalwochenende Ulm seit langem wieder die erste Niederlage einfallen wird, sei es im Halbfinale oder im Finale und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch so ein bisschen die Luft raus ist, weil wenn so lange gewinnt, die erste Niederlage, das merkt man unterbewusst mental richtig. Deshalb, also eigentlich die Serie verdient ein Spiel 5, das dann in Oldenburg stattfinden würde und also ich würde auch sagen, Spiel 5 in Oldenburg wird dann auch Oldenburg gewinnen. Okay, alles klar. Das wird eine mega geile Serie werden mit einer Menge Ricky-Podding-Momente, weil ich habe letztens eine Statistik auf Twitter gesehen, in den letzten fünf Jahren gegen Ulm macht Ricky-Podding im Durchschnitt 20 Punkte etwa und da gab es auch vor ein paar Jahren in der Playoffs-Serie gab es auch diesen einen Megamoment mit Ricky-Podding, Dreier in der Overtime zum Sieg. Deshalb, da wird mächtig Feuer in die Serie, generell in diesen Playoffs wird mächtig Feuer sein in einigen Serien. Wir haben ja schon gesagt, Alba gegen Hamburg, dann auch Oldenburg gegen Ulm verdienen beide ein Spiel fünf, dass dann aber das erfahrenere Team gewinnen wird. Okay, also gehen wir beide mit den Top-4-Teams Ludwigsburg, Alba, Oldenburg und Bayern in die Halbfinals, wobei bei unserem Szenario dann Ludwigsburg gegen Bayern und Alba gegen Oldenburg spielt. Genau. Okay, wie geht es dann weiter? Ja, Ludwigsburg, Bayern, da kommt die nächste geile Serie. Folge, also, das ist natürlich eine Serie, wo ich nicht unvoreingenommen reingehen kann, weil ich will einfach, dass mein Boy, dass unser Boy, Jalen Smith, wieder bis ins Finale kommt und ich denke, es ist auch einfach, Ludwigsburg wird heiß sein, die Finalspiele gegen Alba in der Bubble wieder gut zu machen und Bayern wird heiß sein, weil die halt dann, also laut meinen Picks zu dem Zeitpunkt keinen Titel gewonnen haben werden und das natürlich nicht auf sich sitzen lassen wollen. Absolut, absolut, also, wir haben ja schon vorher ein bisschen darüber geredet, ich glaube, die Bayern werden super fokussiert sein und ich glaube, die Bayern, also nicht die Spieler, aber die Verantwortlichen haben bewusst diese Route gewählt, dass sie im Halbfinale aufs Ludwigsburg treffen wollen, weil sie denken, dass das Spiels für ihnen vielleicht doch ein bisschen mehr liegt, weil sie auch sehr schnelle athletische Spieler haben und einfach, glaube ich, der Meinung sind, dass sie in diesem Punkt einfach besser sind. Wade Baldwin, Vlado Lutsic, Jalen Reynolds, Paul Zipsa, die dort als Leistungsträger fungieren, die sind einfach auch groß und lang und genauso athletisch wie die Ludwigsburger, aber einfach körperlicher und erfahrener auf höherem Niveau und ich glaube, die Bayern spielen das Spiel, dass, okay, bring it on, Ludwigsburg, macht euer Ding, aber wir können es einfach besser, wir sind größer, wir sind stärker und wir sind einfach athletischer und können das Spiel, was ihr uns aufzwingen wollt, einfach besser spielen und deswegen glaube ich, dass die Bayern dort wirklich auch vorangehen werden und die Ludwigsburger ein bisschen auch auslaugen werden, weil sie sie einfach matchen können in dem, was Ludwigsburg spielen will und ich vorhin auch schon angesprochen habe, dieser enge Rhythmus liegt in Bayern einfach mehr als den Ludwigsburgern und ich glaube, dass den Ludwigsburgern wie übrigens in der Bubble auch die Luft ausgeht. Es war so letztes Jahr, die Ludwigsburger alle zwei, drei Tage im Spiel mit einer engen Rotation, die John Patrick meiner Meinung nach in den Playoffs auch spielen wird, haben am Ende einfach nicht mehr die Körner gehabt, haben sich gerade so im Halbfinale durchgezittert, wobei Alba auf der anderen Seite die Spielzeit verteilen konnte und dort deswegen im Finale einfach so wieder auftreten konnte und ich glaube, dass das das gleiche Szenario ist, dass Bayern einfach die längere Rotation hat und deswegen es einfach schafft, auch jetzt die Stars nochmal zu resten und deswegen in den Playoffs einfach ausgeruhter sein wird und dort besser über die erste Runde kommen wird und mit einer längeren Rotation mit einfach Spielern, die dieses athletische, schnelle einfach besser machen können dort gegen Ludwigsburg auch in weniger als fünf Spielen vielleicht 3 zu 0 vielleicht 3 zu 1 meiner Meinung nach weiterkommen wird. Man muss aber halt bedenken, auch in unseren Szenarien kommt auch Ludwigsburg mit einem Sweep schnell durch die Bamberg-Serie und wird dann auch in etwa gleich ausgeruht sein. Ja, aber wie gesagt, Bayern kennt dieses Szenario besser, Bayern hat meiner Meinung nach größere, stärkere, schnellere, athletischere Spieler und Ludwigsburg spielt Smallball, ja, da führt nichts dran vorbei bei dem Spielermaterial, was John Patrick da zur Verfügung hat und ich glaube einfach, dass dort die Länge und die Athletik der Bayern überlegen sein wird. Ich habe Angst, dass du recht hast, trotzdem sage ich, Ludwigsburg ist diese Saison zu Hause ungeschlagen und wird das auch noch bis ins Finale tragen. Gucken wir mal, gucken wir mal, gehen wir mal zur anderen Serie, wäre dann Nummer 2 Alba Berlin gegen Nummer 3 EWE Baskets Oldenburg, auch eine Serie, die es schon öfter gab in verschiedenen Szenarien, auch Vereine, die sich gut kennen und Vereine, die durchaus in den letzten Jahren oft aufeinander getroffen sind und sich dort auch so eine kleine Rivalität entwickelt hat, glaube ich, die werden auf jeden Fall dort auch kratzen und beißen und versuchen, sich dort durchzukämpfen. Wie siehst du diese Serie? Im Mainz-Szenario kommen wir beide aus einer Fünf-Spiele-Serie und ich würde sagen, Alba wird da die größere Rotation sehr zugute kommen, sodass sie die Serie gegen Oldenburg 3-1 gewinnen. Könnte durchaus passieren. Alba hat es ja die ganze Saison geschafft, die Minuten gut zu verteilen und Oldenburg war auch in den letzten Jahren dafür bekannt, dass sie irgendwann die Rotation ein bisschen eingeengt haben und in den Playoffs viele Minuten auf Leute wie Rashid Mahabasic, Martin Bräuning, Ricky Pauling verteilt haben. Die haben natürlich ein gutes Team mit Keith Hornsby, Nathan Booth und da wirklich auch gute Ausländer mit Carsten Tadda, dort auch deutschen Spieler und Martin Bräuning, wie ich gerade schon angesprochen habe, Spieler, die auch battle-tested sind, die wissen, wie man in den Playoffs agiert, die wissen, wie man auch in spannenden Spielen, in nervenaufreibenden Spielen agiert und haben da einfach auch Leute, die dort das Ruder übernehmen können. Deswegen glaube ich nicht, dass Oldenburg hier ohne Sieg rausgehen wird. Die werden auf jeden Fall irgendein Spiel klauen. Die Frage ist nur, ob sie diese Euphorie und auch diese positive Einstellung, die auch Coach Laden immer wieder aufs Team übertragen kann, über eine längere Zeit gegen ein Alba-Team gehen können, die wirklich da fokussiert reingehen werden und für die das nichts Unnormales ist, die auch wissen, wie man in solchen Szenarien Spiele über die Bühne bringt und auch in knappen Spielen die Ruhe behält und deswegen glaube ich, dass das für Alba ein 3-1 werden wird. Ja gut, dann haben wir jetzt halt das Szenario, du hast dein eines Finale, ich habe mein anderes Finale. Na dann rede du mal über dein Finale und dann rede ich über mein Finale. Also mein Finale wäre die Neuauflage des Bubble-Finales Ludwigsburg-Alba. Ludwigsburg kommt aus einer kräftezehrenden 5-Spiele-Serie gegen Bayern, während Alba relativ ausgeruht durch ihre langen Rotation sich ein kleines Puffer verschaffen konnte. Weshalb ich auch denke, dass Alba diese extra Energie zugutekommen wird. Ob Alba es schafft, zwei Spiele in Ludwigsburg zu gewinnen, ist jetzt die Frage. Ich denke eher nicht. Ich denke, es wird zu... Also ich denke, Alba wird... Ja, nee, doch, ich denke, Alba wird 3-1 gewinnen. Ich glaube, das erste Spiel geht dann Ludwigsburg das zweite an. Alba zwei Heim-Siege. Dann wird Alba die extra Kraft zugutekommen im dritten Spiel in Ludwigsburg, wird dort das erste Mal seit langem wieder einen Sieg aus Ludwigsburg entführen und dann zu Hause in Berlin die Meisterschaft gut machen im Spiel 4. Finde ich gut, finde ich gut, könnte ich mitgehen. Allerdings glaube ich nicht, dass Ludwigsburg es ins Finale schaffen wird und dort die alte Rivalität beziehungsweise die neue Rivalität, die es jetzt erst seit ein paar Jahren gibt. Bayern gegen Alba von Anfang an, seit Bayern in der Bundesliga ist, immer wieder Reibungen zwischen den beiden Klubs. Marco Pesic, der Sportdirektor, ehemaliger Alba-Spieler, Zvetislav Pesic, der immer wieder sich vor die Kamera stellt und die Bayern lobt, wie schon in der Serie gegen Mailand, wo er Mailand unfassbar runtergemacht hat. Das war schon lustig zu sehen. Das war sehr lustig, aber was ich nicht verstanden habe, aber gut, auf jeden Fall sieht man, wo dort die Sympathien liegen, auch ehemaliger Alba-Trainer. Dann hat man mit, ich glaube, Leonardovic ist inzwischen der einzige Spieler, der bei Alba und dann bei Bayern gespielt hat. Da haben Bayern in den letzten Jahren, ah ja, den hat man in der letzten Zeit nicht auf dem Feld gesehen. Mal gucken, ob der überhaupt nochmal dann eingreifen kann. Aber genau, da gibt es auch immer wieder Übersteinungen seit Jahren. Ja, auch Trinkieri, früher Bamberg-Trainer, auch Reibungen mit Alba gehabt und sowieso mit allen sich anlegt, wie so auch immer. Der jenische Temperament. Der ohne Sinn manchmal sich rausschmeißen lässt bei irgendwelchen Spielen, wo dann immer, ach ja, das macht er taktisch. Naja, weiß ich nicht, ob er das taktisch macht, wenn er es jedes dritte Spiel macht. Aber gut, das ist eine andere Sache. Bayern mit einem unfassbar tiefen Kader, die auch immer wieder die Ausländer durchwechseln können, die es jetzt auch geschafft haben mit Sascha Grant und Jason George, Jugendspieler, die als Local Players gelten, bei Jason George zurecht, bei Sascha Grant aufgrund der Jugendausbildung hier in Deutschland. Ja, und da muss man gucken, ob da Leute wie Robin Mace nochmal einen Impact machen können auf die deutschen Positionen und auch David Krämer, der ja neu dazugekommen ist, ob der nochmal auch ein bisschen Minuten geben kann über die Playoffs, ob die Rotation da lang sein wird, auch in dem Finale, ob Trikieri sich traut oder ob er dann sagt, er nimmt Wade Baldwin, Wladulucic und die anderen und macht Ride or Die. Allerdings, so wie die Bayern diese Saison gespielt haben, die sind schon echt stark und die wissen auch, wie man in spannenden Spielen Dinger nochmal dreht, so wie in einem Spiel gegen Alba, was sie zu Hause nach Overtime gewonnen haben. Die wissen, wie man die Albaner kitzelt und die wissen auch, wie man da auch psychisch drauf einwirken kann. Alba mit einer unfassbar langen Rotation und ich bin sehr gespannt, ob alle gesund bleiben, was ja auch immer wieder ein Faktor ist, gerade bei Leuten wie Peyton Siever und wie Nils Giffey, die auch in der Saison Probleme hatten, Tim Schneider letzte Saison mit einem Bandscheiben Vorfall, mal gucken, das auch, also ich wünsche es natürlich niemanden, aber ich sehe da ein paar Gefahren, dass Alba da nicht alle Spiele vollständig bestreiten wird und da sehe ich leider Bayern im Vorteil, die dann doch immer wieder rumswitchen können und auch die Matchups ein bisschen verändern können, was Alba nicht als Variabilität hat, wenn da Luke Sigma oder Peyton Siever oder natürlich Gott bewahre, aber Eriksson oder Nils ausfallen, dann sind da einfach Lücken, die von Spezialisten besetzt sind, die dort so nicht groß aufgefangen werden können. Auch Johannes Thiemann hat zwischendurch Probleme und war mit Verletzungen angeschlagen und da befürchte ich leider, obwohl Alba Heimvorteil in dieser Serie haben wird, dass die Bayern sich dort durchschlagen werden und leider, leider, leider für das Berliner Basketballherz den Titel nach Hause bringen werden. Ich wünsche mir eine lange Serie, ich wünsche mir eine spannende Serie, ich habe richtig Bock, diese beiden Mannschaften im Finale zu sehen, weil ich sie auch in der Saison viel, viel in der Euroleague und auch in der Bundesliga beobachtet habe und mich richtig Bock darauf habe, dass die beiden sich da aneinander aufreiben und sich Trashtalk geben, auch mal ein bisschen hier Handgemengel und ein bisschen Pöbeln der Coaches, also Aito wahrscheinlich, Aito ehrlich, aber Pöbeln des Bayern Coaches und ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf, auf diese beiden Mannschaften und bin sehr gespannt, was es wird, allerdings muss ich leider von einem Basketball-Standpunkt sagen, dass Bayern da glaube ich in diesem Matchup im Finale die besseren Karten haben wird. Da blickst du auf jeden Fall objektiver auf die Serie als ich. Ich habe mich dazu gezwungen, ich habe mich dazu gezwungen, das analytisch anzugehen und dort eine Basketball-Meinung abzugeben und keine Fan-Meinung abzugeben. Da werde ich wahrscheinlich von meinen Berliner Kumpels, wenn sie diesen Podcast hören, sehr, sehr viel Trash-Talk bekommen und auf die Mütze bekommen, aber dann tut es mir leid, dann möchte ich auch mal dahin gehen, dass ich das so beurteile, wie ich es gesehen habe über die Saison und wie ich glaube, wie es sich entwickeln wird und dann müssen wir leider, was auch immer passiert, damit leben. Ja, man muss auch mal anecken. Man muss auch ein bisschen Kontroverse hier mit reinbringen. Auf jeden Fall. Das muss ja auch mal ein bisschen interessant sein hier. Also man muss auch hoffen, dass das böse C-Wort nichtiger zu Playoffs auch in der Bundesliga einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, das ist allerdings richtig. Die Bundesliga, also die Liga hat Konzepte hingelegt für die Möglichkeit, dass dort Leute sich infizieren in den Serien und geben dort eine gewisse Toleranz. Ja, aber auch sagen, bis zu bestimmten Deadlines, wenn dort die Serien nicht gespielt werden oder bis dann dort die Spiele nicht gespielt werden, dann werden die Spiele auch abgegeben und mit 20 zu 0 für die andere Mannschaft gewertet. Ich hoffe es natürlich nicht und ich glaube auch, dass gerade, weil es jetzt darum geht, sich dort auf Kurs zu halten, dass die Spieler sich zusammenreißen werden und nicht nochmal rausgehen werden in diesen Playoffs und irgendwie sich der Gefahr aussetzen werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Teams sich wirklich innerhalb der Wohngebäude, wo sie ihre Spieler unterbringen, komplett zu verschanzen haben und auch dort ihre Meetings abhalten werden und auch vielleicht gar keinen Raum lassen werden für Einkaufen gehen, für irgendwelche Ausflüge oder sowas, dass die wirklich sagen, okay, wir müssen jetzt mal hier vier Wochen die Füße stillhalten und alle Meetings finden in der Halle statt. Von mir aus, Essen wird gecatert in die Halle. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass dort diese Szenarien auch stattfinden werden und dass dann auch auf Auswärtsfahrten die Hotels komplett dort ein Stockwerk gemietet wird oder was auch immer, sodass dort gar nicht erst die Gefahr aufkommt. Aber ich bin sehr gespannt, weil dieser Virus ist leider unberechenbar und wir haben ja schon beim Pokalfinale gesehen, da kommt man in die Halle, ist bereit zu spielen und dann wird man wieder nach Hause geschickt und dann müssen Mannschaften auch mal zwei Wochen komplett in die Quarantäne und wenn das passiert, dann weiß ich nicht, wie sehr die Liga dort noch Toleranz weiten lassen wird und wie sehr sie sich darauf einlassen wird, dort ein alternatives Szenario noch zu spielen und wie lange sie diese Playoffs dann strecken werden. Ja, auf jeden Fall werden diese Playoffs wie alles momentan, wird das erste Mal in dem Modus so stattfinden und es wird auf jeden Fall spannend sein, wie sich das entwickelt, wie du gesagt hast, mit Verletzungen, mit Infektionen, Gott bewahre. Ich hoffe echt, dass wenigstens die BBA Playoffs so glatt wie möglich von der Bühne gehen, nicht so wie die Pro-A- und Pro-B-Playoffs. Aber ich denke mal, dass da auf jeden Fall die Strukturen und dass da auch genug Geld dran hängt, dass sich die Leute einfach auch mal so durchsetzen, diese Konzepte mal für eine Zeit lang einzuhalten. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, habe sehr viel Bock aufs Wochenende und sehr viel Bock auf die Playoffs und ich hoffe, es werden sehr, sehr viele spannende Serien. Ich hoffe, es wird sehr, sehr viele Emotionalität, sehr, sehr viel Intensität von allen Mannschaften aufs Feld gebracht und dann werden wir sehen, wer von uns beiden recht haben wird in der Finalkonstellation. Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall einige Instagram-Posts darüber geben. Also am Wochenende das Pokaltop vor, wie auch beim letzten Mal, geplant auf Twitch. Ich werde diesmal leider nicht im Chat dabei sein, weil ich habe das Wochenende schon anderweitig geplant. und wir wünschen euch viel Spaß beim Pokal gucken und dann auch viel Spaß beim Playoffs gucken in der Hoffnung, dass die Playoffs alle ohne Probleme über die Bühne gehen. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, alle Zuhörer haben auch richtig Bock und sind sehr gespannt auf den Basketball, den wir hier in Deutschland jetzt in der nächsten Woche noch sehen und zelebrieren dürfen. Also dann, das war es von mir. Weißt du noch was hinzuzufügen? Auf keinen Fall. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Bleibt gesund und genießt den Basketball, den wir noch sehen dürfen. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.